Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist mal wieder ein Scammer wird gescammt Video auf jeden Fall. Schaut es euch bis zum Ende an. Ich werde jetzt nichts verraten. Er kann korrekt sein, aber er kann auch Scammer sein. Mehr werde ich nicht sagen. Guckt es euch bis zum Ende an, genießt es und haut rein. Hast du Materialien so oder tradest du kein Materialien? Malachit, hast du das? Kohle? Schrauben, Speck. 200. 200. Ich kann die halt Scammer geben, Haxanji, 82 mit Element, Hammerzerstampfer, Polestrahl, oder Tiger Kiefer, Super Shredder. Ja. Und das ist hier Tiger Kiefer. Das ist die, die hier im Dings ist. Ja? Ok. Achso, sonst noch irgendwie was. Also würd ich sonst irgendwie was haben? Da hab ich ne 58er Drachen gebrüllt oder so. Oder Rückenbrecher. Achso, sonst noch irgendwie was. Also würd ich sonst irgendwie was haben? Da hab ich ne 58er Drachen gebrüllt oder so. Oder Rückenbrecher. Da hab ich ne 58er Drachen gebrüllt oder so. Die kennen sie bestimmt auch ne? Das ist Drachen gewöhnen. Vielleicht. Ah, hab ich selber. Auf ne 50 Blitz als Skizze. Ah, hab ich selber. Auf ne 50 Blitz als Skizze. Ah, hab ich selber. Hm. Keine Ahnung. Äh. Helium-Schrupelinter-Truade. So wie ich dann gehebe. Die hat Furi-Gold-Stats. Spitzel 82 mit Energie. Äh. Was hast du? Ah. Aktiv. Ich würde 10 Aktiven und 100 Speck für die E-Leben-Schoten gebrüllen. 10 Aktiven und 100 Speck für die E-Leben-Schoten gebrüllen. 10, 10 und 100 weg, gegen die Schuhe, die ist ein ganz kleines bisschen kaputt, aber ein ganz kleines bisschen kaputt, aber ein ganz kleines bisschen, alles klar. Ja, ist inaktiver, ja, kannst du Screen machen oder so, meine geht ja nicht, das müsste ja, geht ja nicht, schuldige, bohrt euch auch schon mal, blocken? Das ist aber nicht von den beiden ein, ne? Mach groß auf, mach groß auf. Erdmann, Erdmann. Ach, Digga, nein, nein, bist du nicht tief, nein, haben wir extra Video gemacht, Mann, ich will Scammer wirklich Scamble aufnehmen, aber das passiert hier nicht, Alter. Ich krieg irgendwie, kurzerweise, seit zwei Tagen, ja, 158 Abonnenten, aber das ist jetzt so krass, ne? Black Falcon, guck, guck einfach in meine PSN-Beschreibung, da steht das drin, ja. Die Nicht-Scammer-Army kommt wieder zurück, Leute. Und du hättest mich gerade so leicht abziehen können mit diesen, äh, Materialien, aber das liegt auch soziale Menschen hier. Jo, Leute, das war's mit dem Video, wenn's euch gefallen, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.